Hallo, ich bin heute bei den Küchenhelden unterwegs. Zum Thema wussten Sie schon. Herr Viertler, was gibt es Neues in Sachen Küche? Was können Sie uns berichten? Thema Dunstabzugshauben. Die Geräte haben heute eine Nachlaufprogrammierung. Das heißt, ich kann die Haube, nachdem ich in der Küche fertig bin, nochmal 5 bis 15 Minuten nachlaufen lassen. Das ist sehr empfehlenswert, weil die Luft in der Küche nochmal ausgetauscht wird und keine Geruchsbeeinträchtigung vorhanden ist.